Die machen Paris zu. Du kannst die zwei Briefe für mich abgeben. Sind für den Beidl. Kennst du ihn doch. Beidl der Schriftsteller. Ich mache truf, dass es gerne ist. Beidl, der Schriftsteller? Ja. Ich suche meinen Mann. Weil er mein Visum hat. Ich komme ohne ihn hier nicht mehr weg. Ich habe bereits angefangen. Können Sie denn gerne mit dir? Wer bist du?